Ja, scheiß die Wand an! Tausend Abonnenten, ich wär ein Herrsch! Hm, geil! Zu Beginn noch eine kleine Korrektur zur ersten CDTV-Folge. Ich habe so salopp angenommen, dass man an den zusätzlich eingebauten Joystick-Ports auch, wie beim Amiga gewohnt, eine Maus einsetzen könnte. Ja, habe ich so behauptet, ohne es zu testen. Nun, es klappt manchmal, meistens macht der Mauszeiger aber alles Mögliche, nur nicht das, was man will. Also kurzum, entweder geht der Mausbetrieb mit diesem Mod hier generell nicht, oder ich habe den Mod verpfuscht. Bevor wir nun das CDTV endlich einschalten, noch geschwind ein kurzer technischer Abholer, damit wir wieder auf Stand sind. Im CDTV arbeitet ein 68.000er Prozessor bei etwa 7 MHz. Es hat, dank ECS Agnes Chip, 1 MB Chip-RAM. Der restliche Chipsatz ist OCS. Das CD-ROM-Laufwerk ist ein spezielles Single-Speed, welches man nicht ohne weiteres austauschen kann. Das Interface ist kein Standard, also nix SCSI und nix IDE. Und einen richtigen beschreibbaren Massenspeicher hat man erst dann, wenn man ein externes Diskettenlaufwerk oder eine externe Festplatte anschließt. Ja, und es sieht saugut aus und es ist definitiv keine Spielekonsole. Ganz wichtig, nicht vergessen. Und jetzt pushen wir den Button. Hört jetzt mal ganz genau hin. Genau, man hört nichts. Der interne Lüfter des Netzteils ist wirklich flüsterleise. Ein Träumchen. Wir haben nun noch keine CD eingelegt und drücken jetzt auf der Fernbedienung einen Knopf. Dabei ist es fast egal, welchen man benutzt. So gelangen wir in die globalen Einstellungen des CDTV. Hier können wir die Systemsprache, die Uhrzeit und das Datum, die Position des dargestellten Bildes auf dem Bildschirm, die Wartezeit des Bildschirmschoners, Zeilensprung oder nicht und die System-Sounds ein- und ausschalten. Merke allerdings, das CDTV hat keine Pufferbatterie. All diese Einstellungen sind nach einem Trennen der Netzversorgung wieder zurückgesetzt. Damals hat man eben noch nicht so auf die Stand-by-Problematik im Kontext des Energiesparens nachgedacht. Das CDTV blieb einfach dauerhaft am Strom. Und das ist aber nichts bemerkenswertes, denn viele anderen Geräte aus dieser Zeit, etwa Videorekorder, haben es genauso gehandhabt. Und aus heutiger Sicht muss man sogar dankbar darum sein, dass keine Pufferbatterie eingebaut ist. Keine Batterie, keine ausgelaufene Batterie, kein Folgeschaden. Legen wir jetzt mal eine Musik-CD in das Caddy und wiederum dieses in das CD-ROM-Laufwerk. Und siehe da, der CDTV Music Player offeriert uns nun all die Funktionen, welche wir außen am Gerät vermisst haben. Dieses Player-Design scheint Commodore wohl derart gut gefallen zu haben, dass sie es beinahe 1 zu 1 auch beim CD32 eingesetzt haben. Doch was macht man jetzt mit dem tollen Speichermedium CD, welches zum damaligen Zeitpunkt knapp 550 MB fassen konnte und damit über 620 normale Amiga-Disketteninhalte auf nur einer Scheibe beheimaten kann. Nun, der Publisher Crowlier, welcher vor allem in den USA für seine Enzyklopädien bekannt ist, hat das Offensichtlichste getan. Eine komplette Enzyklopädie auf eine CD geklatscht. Mit ein paar Musikstücken, vielen Bildern und Unmengen an Text. Ein universelles und leicht multimediales Nachschlagewerk. Mit Hilfe der Fernbedienung kann man sich leicht durch die Datenmengen hindurchhangen. Alles in allem sehr schick gemacht. Das CDTV und seine Software reduzieren die Komplexität der Bedienung eines normalen Computers auf wenige Steuerelemente, so dass auch nicht-computeraffine Leute mit dem System umgehen konnten und können. Klischee behaftet wieder unsere Mutti, die Angst vor Maus und Tastatur hat. Die Crowlier Enzyklopädie nimmt das voraus, was heute die Wikipedia ist. Wir haben eine große Wissensdatenbank mit einer für damalige Verhältnisse beachtlichen Suchfunktion und auch Querverweise. Ja, die Querverweise, wer kennt das nicht? Da wollte man etwas zum Thema Erbsenssuche wissen und landete, nach etwa 233 Querverweisen, beim Urknall. Wir landen hier jetzt bei Wolfgang Amatheus Mozart. Einem Artikel über ihn, ein Bild von Selbigen und natürlich auch etwas für die Ohren. Eine andere, naheliegende Idee verfolgten einige Softwarehäuser. Sie nahmen bewährte Amiga 500-Spieletitel und packten beispielsweise ein paar nette Audiospuren mit dazu. So bekommt man eine tolle Begleitmusik und manche Titel kommen sogar mit Sprachausgabe daher. Das ist schön und gut, aber es ändert eben nichts daran, dass es keine wirklich neuen Spiele sind. Eine äußerst gelungene Multimedialisierung hat Defender of the Crown erlebt, eines der populärsten Amiga-Spiele überhaupt. Ich will dazu gar nicht viel erzählen, lasst einfach die folgenden Sekunden mal wirken. Im Jahr 1192, als Richard Löwenherz von den Kreuzzugen nach England zurückkehren wollte, wurde er von seinem Feind Leopold von Österreich gefangen genommen. Richards Bruder Prinz Johann ist nicht bereit, ihm zu helfen, aber vier große Ritter treten vor, um den König zu befreien. Wilfred von Ivanhoe, dir fällt es zu, die 20.000 Pfund zu beschaffen, die nötig sind, um den König zu befreien. Deine Armee hat das Territorium ohne auf Widerstand zu treffen einnehmen können. Robin, der sich in seinem Lager im Wald von Sherwood aufhält, bespricht dir zu helfen. Er wird zusätzliche Männer schicken, um dich bei der bevorstehenden Schlacht zu unterstützen. Er wird zusätzliche Männer schicken, um den König zu befreien, um den König zu befreien. Ein nicht zu umwerfendes Beispiel ist Wrath of the Demon. Alleine wenn man den winzigen Speicherbedarf von 6,14 MB auf der CD mal betrachtet, kann man schon ahnen, dass diesem Spiel nichts Bahnbrechendes beigefügt worden ist. Gewiss ist es immer noch ein gutes Spiel, aber es ist auch eben nur das. Die Grafiken sind toll, das Scrolling ist sehr weich und die Geschichtserzählung ist angenehm schlüssig. Wer jedoch einen normalen Amiga 500 mit diesem Spiel damals hatte, der hatte an und für sich keinen Grund, nochmal Geld für eine Silberscheibe auszugeben. Und ganz nebenbei ist dieses Spiel ziemlich hart. Oder ich stelle mich einfach nur schrecklich dumm an. Anderes Beispiel, das beliebte Lemmings. Insgesamt liegen bei diesem Spiel 25,3 MB auf der CD, wovon knapp 20 MB von zusätzlich eingefügten Grafiken stammen. Eigentlich reine Platzverschwendung auf einem so riesigen Speichermedium wie einer CD, aber man muss so immerhin keine Disketten mehr wechseln. Und da das Spiel ansonsten nicht unbedingt ressourcenhungrig ist, läuft es angenehm flott und auch die Ladezeiten halten sich in Grenzen. Der Spielspaß ist beinahe der gleiche wie beim normalen Amiga-Computer, allerdings gibt es da einen Haken. Die Gamepad-Steuerung. In den ersten paar Levels mag die Geschwindigkeit des Mauszeigers noch schnell genug sein, aber wenn es in den höheren Stufen so richtig zur Sache geht, man am liebsten mehrere Sachen auf einmal machen möchte oder vielleicht sogar seine Aktionen schnell korrigieren muss, dann sehnt man sich doch wieder nach der flinken, normalen Maus. Man kann es natürlich auch einfach als Challenge sehen, Lemmings mit der CD-TV-Fernbedienung durchzocken zu wollen. Ein hartes Brot, aber es ist machbar. Oder man schließt eben eine Maus an. Obwohl das ja beinahe schon sowas wie Cheaten ist. Wo Lemmings noch klar geht, wird es bei Winze schon schwierig. Bei diesem Spiel hätte ich fast die CD-TV-Fernbedienung gefressen. Nein, hier sollte man echt die Maus benutzen. Doppelklicks mit dem Feuerbutton auf dem Pad sind einfach ein No-Go. Das hätte man ändern müssen. Und auch die fummeligen kleinen Schaltflächen, die effektiv betrachtet ja nur aus Text bestehen, sind mit der indirekten Gamepad-Steuerung nicht gerade zielgenau anzufliegen. Das Spiel an und für sich wurde so gut wie gar nicht aufgepeppt. Und ich verstehe immer noch nicht, warum als Hintergrundmusik Dallas läuft. Dabei steht mein Weingut hier doch in Hessen. Okay. Es ist eine nette Wirtschaftssimulation, welche dem Spieler immerhin die Wahl lässt, sein Spiel auf Speicherkarte oder auf Diskette speichern zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen Evolutionsschritt weiter machten so Spezialisten wie Maxis mit ihrem SimCity. An und für sich war die Städtebausimulation ja schon weltweit bekannt und beliebt. Aber Maxis kopierte die Amiga-Version nicht einfach auf CD, sondern passte das Spiel den veränderten Steuerungsgegebenheiten, generell den geänderten Umgebungsvariablen, sehr gut an und machte daraus quasi eine neue Version des Spiels. Ich persönlich halte es für die gelungenste Variante von SimCity 1. Gleich beim Start bekommt man hübsche Hintergrundbilder und was Nettes auf die Ohren. Diese SimCity-Version bietet die Möglichkeit, vier unterschiedliche Städtesets auszuwählen. Mittelalter, Wilder Westen, das normale SimCity, sowie die Zukunft. Natürlich gibt es auch wieder vorgegebene Szenarien, mit denen man starten kann. Das gesamte Gameplay wurde auf Gamepad-Steuerung ausgerichtet, sodass die Verwendung einer Maus, zumindest mir, völlig unspielbar anmutet. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, an dem ich schon viele Stunden verbracht habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am allerwenigsten gab es leider wirklich komplette Neuentwicklungen für das ZDTV, was wohl dann auch einer der wichtigsten Gründe dafür war, dass dem Gerät der erhoffte Erfolg verwehrt blieb. Wenn man sich dann doch die wenigen Erzeugnisse ansieht, so wirken diese allerdings auch nicht wirklich überzeugend. Psycho-Killer beispielsweise will tatsächlich von allem Gebrauch machen, was die CD so bietet. Große Grafiken, in diesem Falle digitalisierte Fotos, Sprachausgabe und Sounds in guter Qualität und sogar Filmsequenzen. Im Ansatz lobenswert, dennoch merkt man an den langen Nachladezeiten sehr schnell, dass die Amiga 500-Technik für diesen Anwendungsfall einfach zu schlapp ist. Auch das Singlespeed-CD-Rumlaufwerk mit mageren, theoretischen 153 Kbps tut hier seinen Teil dazu. Ladezeiten war man zwar seine Zeit gewohnt, lediglich dass das Kettenwechsel fällt bei der CD weg, aber gewiss hat man sich etwas mehr erwartet. Die digitalisierten Fotos hätten mit Sicherheit auf einem AGA-Chipset sehr gut ausgesehen, aber wir haben hier ja nur OCS zur Verfügung und von daher fällt die Qualität bescheidener aus. Okay, bleiben wir realistisch, 1991 war AGA noch nicht auf den Markt gebracht worden, erst Ende 92 sollte es dann soweit sein. Psycho-Killer wurde und wird gerne in der Luft zerrissen. Allerdings muss ich sagen, dass ich es gar nicht so mies finde. Kategorisieren kann man es nur schwer. Wenn, dann wäre die passende Schublade mit Trial and Error beschriftet. Man steuert den Protagonisten aus der Ego-Perspektive durch diverse Standbilder. Gegebenenfalls muss man, mitunter auch als Quicktime-Event, bestimmte Punkte auf dem Bildschirm anklicken. Zwischendurch gibt es immer mal wieder kurze Videoclips, welche die Story vorantreiben. Was mir nicht gefällt ist, dass man sich keinen Fehltritt leisten kann. Viel zu sehr bin ich schon daran gewohnt, dass man als Held im Spiel niemals wirklich sterben kann. Und wenn es dann doch mal passiert, dann geht es ja gleich in der letzten Ecke weiter, denn man hat ja gespeichert. Nicht so hier! Einmal falsch abgebogen und der Killer erwischt dich. Dabei hat man keine Chance, vorher zu erkennen, dass man da besser nicht hingehen sollte. Auch ist es unmöglich, den Fehler zu korrigieren. Wenn man das Spiel noch gar nicht kennt, würde ich die Spielzeit, viele Tote und gleich viele Neustarts eingerechnet, auf etwa eine Stunde schätzen. Was dem Spiel noch gut getan hätte, wäre eine direkte Steuerung des eigenen Charakters mit den Pfeiltasten des Pads und nicht das indirekte Steuern per Mauspfeil. Auch hier kann man mit einer echten Maus ganz wunderbar cheaten. Oktober war kalt, der Sonn bräuchte Licht, aber keine Wärmung, und ein East Wind schildert die Landwirte. I was driving along a quiet country lane Suddenly from a brief patch of mist A car loomed up ahead of me Completely blocking the road I had to stab quickly at the brakes Phew, that was too close Oh, Sugar, what is this? She's obviously in trouble, how can I help her? Sugar, it's him! Eat my Reeboks, freakface That showed him Oh, he's dropped his machete He had something in his hand It was a petrol bomb I made him drop the bomb, but the machete slipped from my hand Time for a change of style After running for some time, I came to a small countryside station I had to think quickly because I was sure he was right behind me Oh, thank goodness, her phone Hang up forever Now my name is carved in stone The ground is my eternal home All dogs go to heaven All dogs go to heaven Das könnte alles mögliche sein Der Titel einer anrührigen Schnulze oder eines harten Horrorstreifens. Beides trifft absolut nicht zu. Es handelt sich um ein sprechendes Malbuch für Kinder ab drei Jahren. Ja, auch das verstand man damals unter Multimedia. Technisch steckt hier nicht allzu viel dahinter. Man blättert von Seite zu Seite und hat die Möglichkeit, die Szenen auszumalen. Dazu hört man, leider nur auf Englisch, einzelne Etappen einer Geschichte. Stück für Stück kann sich so das Kindelein seinen eigenen Comic zusammenpinseln. Fahrausgabe und nette Musik gibt's inklusiv. Holiday Maker. Kaum zu fassen. Ein Horrorspiel in diesen Zeiten. Nun aber, den Horror, den hätte ich mir anders gewünscht. Das kalte Grausen packte mich bereits beim Packen des Koffers und das ist die allererste Aufgabe, die man als Spieler gestellt bekommt. Ich bin es nun wirklich, wirklich nicht mehr gewohnt, Spiele zu spielen, bei denen man alternativlos immer genau das Richtige tun muss, um irgendwie weiterzukommen. Naja. Die Story lässt ganz unverhofft an das 2015 erschienene Until Dawn denken. Ein Klassenkamerad lädt seine Freunde zu sich ein, um mit ihnen die Ferien zu verbringen. Nur mit dem Unterschied, dass es bei Holiday Maker auf Beady Island geht und nicht auf den Windigo-verfluchten Mount Washington. Dennoch findet man subtile Parallelen zwischen den Spielen, beispielsweise das beinahe schon nervige Teenie Rumgesächsel. Das Spiel besteht aus hübschen Standbildern und einer getexteten Story dazu. Immer wieder wird der Spieler dabei vor Auswahlaufgaben gestellt. Leider gibt es nur eine einzige Storyline, der man nicht nur folgen kann, sondern zwangsweise auch muss. Das Spiel ist nett, wenn man eine Eselsgeduld hat und viel Zeit mitbringen kann. Das Walkthrough übrigens passt auf eine einzige DIN A4-Seite. Die Spieldauer ist also auch eher übersichtlich. Dem CDTV lag stets die Willkommens-CD-ROM bei, welche eine Einführung in das Gerät beinhaltet und ein paar Software-Titel bewirbt. Das ist ganz schön gemacht und nimmt die Idee der Online-Bedienungsanleitung ein Stück weit voraus. Kurioses findet man aber auch hier. Es wird zum Beispiel beschrieben, wie man das CDTV richtig anschließt. Das ist ja ganz nett gemeint, aber um die Bedienungsanleitung sehen zu können, naja, da muss man das CDTV notgedrungen ja schon angeschlossen haben. Ja, sollte man zumindest meinen. Daher gehe ich mal davon aus, dass sowohl die Welcome-Disc als auch die CDTV-Hören-und-Sehen-CD eher als Appetitmacher in den Ausstellungsregalen der Händler gedacht waren. Das würde auch erklären, warum man auf diesen Scheiben sackweise Softwarewerbung und eine Menge Selbstbeweihräucherung seitens Commodore findet. Das ist ja ganz nett gemeint, warum man auf diesen Scheiben sagt, Willkommen zu CDTV von Commodore. Auf dieser Demo-Disc finden Sie etwas für jeden, ob zu Hause oder im Büro. Auch können Sie kurz reinschnuppern und erfahren, warum Commodore eines der erfolgreichsten Unternehmen von heute und morgen ist. Jetzt sind Sie dran, um CDTV zu hören, zu sehen und live zu erleben. Seit Gründung des Unternehmens 1958 in Toronto, Kanada, ist der Erfolg von Commodore ungebremst. Aufgrund der Erfahrung, Innovation und Kompetenz genießt das Unternehmen weltweites Ansehen. Um die Produktphilosophie von Commodore zu verstehen, drücken Sie bitte die Taste Philosophie. Um die Fakten, die hinter der Strukturierung des Konzerns stehen, zu erhalten, drücken Sie bitte die Taste Strukturierung. Kommodores Erfolg basiert auf, erstens, der schnellen Anpassung an veränderte Voraussetzungen am Markt und in der Technik, zweitens, der Schaffung zusätzlicher Standards. Da es sich bald nach Erscheinen des CDTVs herauskristallisierte, dass der erwartete Absatz ausbliegt, schnürte man kurzerhand ein großes Hardware-Bundle, bestehend aus CDTV, Tastatur, Maus, Diskettenlaufwerk und Monitor 1084S. Alles freilich in stylischem Schwarz gehalten und nannte alles zusammen Amiga-CDTV. Ja, taucht der Name Amiga also doch noch auf. Man wollte wohl mit dieser Bündelung und Namensgebung die Maschine wohl doch näher an den Homecomputer-Sektor heranführen, in dem der Amiga beheimatet war und gute Gewinne einbrachte. Eine schicke Idee, aber genutzt hat's nix. Noch ein Wort zu den CDs. Es ist das ganz normale ISO 9660-Format, also Schwarzbrenner-Ahoi! Audio-CDs laufen genauso wie CD-Plus-G und CD-Plus-Midi. Letztere sind spezielle Formate, die heute kaum noch Anwendung finden. CD-Plus-G ist eine Audio-CD mit Standbildern in recht niedriger Auflösung. Prominentestes Anwendungsbeispiel? Karaoke-CDs. Irgendwann in grauer Vergangenheit habe ich's mal hingekriegt, selbst eine zu kreieren. In den Vorbereitungen für diese erster Chips-Folge allerdings ist mir das nicht mehr so gut gelungen. Infos und die passende Software dazu gibt's feierlich im Netz. CD-Plus-Midi liefert parallel zu einer normalen Audiospur noch MIDI-Daten mit, so dass man quasi ein kleines Orchester arrangieren könnte. Wie schaut's eigentlich mit der Kompatibilität zwischen CD-TV und CD32 aus? Und das ist ja eigentlich, wenn es nach Commodore gegangen wäre, eine Nicht-Frage. Denn das CD32 ist eine Spielekonsole, das CD-TV ja eben nicht. Aber wenn man heranzieht, dass das CD-TV eigentlich ein Amiga 500 und das CD32 eigentlich ein Amiga 1200 ist, so beantwortet sich die Frage von ganz alleine. Viele CD-TV-Titel werden auf dem CD32 laufen, die von mir Vorgestellten hier tun es alle, und kein exklusiver CD32-Titel wird auf dem CDTV laufen, wenn er das AGA-Chipset voraussetzt. CD-TV-Spiele laufen freilich auf dem CD32 einen Tacken schneller, was auch nicht gerade verkehrt ist. Das Spiel Microcosm von Psygnosis war zunächst für das CDTV geplant gewesen, kam aber erst auf dem CD32 heraus, höchstwahrscheinlich, weil die Leistung der Hardware den Anforderungen der Software nicht nachkommen konnte. Auf der Psygnosis Demo-CD für das CDTV sieht man allerdings Überbleibsel der ursprünglichen Idee, das Spiel bereits auf dem CDTV laufen zu lassen. Der Banana Joe würde an dieser Stelle wieder sagen, ich bin nur nicht fertig. Und ich muss euch jetzt erstmal wieder auf eine weitere Folge vertrösten, denn, ja, es wird noch eine geben. Wie bereits erwähnt, finde ich das CDTV auf eine kuriose Art und Weise ganz toll, und von daher lasse ich es auch nicht so schnell und so billig vom Haken. Ein ganz herzliches Dankeschön geht diesmal ins Circuitboard zum User Kotzl81, in der Hoffnung, dass ich den Namen jetzt nicht falsch ausgesprochen habe. Er hat mir die meisten der eben gezeigten Softwaretitel zur Verfügung gestellt. Es ist eben doch immer viel schöner, wenn man Original-CDs in Originalverpackungen zeigen kann, statt Sicherungskopien. Was in CDTV Folge 3 noch kommen wird. Tja, wir schauen uns mal an, wie man eigene CDTV-CD-ROMs erstellen kann. Das geht eigentlich ganz einfach von der Hand, nur leider ist es nicht selbsterklärend. Ferner werfen wir noch einen Blick auf das Videoformat des CDTV, genannt CDXL. Ja, und ganz zum Schluss gehen wir nochmal der elementar wichtigen Frage nach, wie man dem nicht-Retro-Technik-affinen Lebenspartner klar macht, dass das CDTV ins Wohnzimmer gehört und nicht in die Nerd-Bude, die verbotene Zone. Ob die CDTV Folge 3 gleich als nächstes kommt, vermag ich jetzt noch nicht zu planen. Sie kommt aber definitiv. Wenn auch langsam und grausam. Ich darf mich eins derweil erstmal wieder empfehlen. Sag Adele, ciao und bye bye. Euer Mick. Willkommen zu CDTV von Commodore. Auf dieser Demo-Desk finden Sie etwas für jeden. Ne. Ob zu Hause oder im Büro, auch können Sie kurz reinschnuppern und erfahren, warum Commodore eines der erfolgreichsten Unternehmen von heute und morgen ist. Jetzt sind Sie dran, um CDTV zu hören, zu sehen und live zu erleben. Da stehen wir bei. Da stehen wir bei. Da stehen wir auf der онов Hicke. Da stehen wir dann, um CDTV zu hören. Da stehen wir auf der road. Da stehen wir bei. Vielen Dank.